Die Sportshow wird Ihnen präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sportshow. Heute nicht aus dem Studio, sondern hier draußen vom Museumsupferfest. Wir wollen Ihnen in den kommenden 30 Minuten das Vereinsleben der Rhein-Main-Region näher bringen. Was in den Vereinen alles so los ist, das zeigen nämlich diverse Vereine mit noch mehr Aufführungen hier auf der Bühne des Sportkreises Frankfurt. Und was es da alles Spektakuläres zu sehen gab, das sehen Sie bei uns in den kommenden 30 Minuten. Viel Spaß dabei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Frankfurt bietet 430 Turn- und Sportvereine mit über 180.000 Mitgliedern, die 410 Sportarten anbieten. Und einen Teil dieser Sportarten präsentieren wir im Rahmen des Museumsuferfestes mit der Sportweltbühne. FlyTV überträgt live für die Frankfurter Bürger und Besucher aus nahezu 200 Nationen. Ich habe weitere Exoten zu präsentieren. So zum Beispiel den Frosch. Er zeigt uns, da er ja springen kann und mit einem sportlichen Gerät geht es doppelt hoch, den Salto rückwärts in verschiedenen Positionen. Er kommt direkt aus dem Tigerpalast und er zeigt uns, salto rückwärts, vorwärts, mit und ohne Längsachsendrehungen. Wir nennen sie Schrauben und Pirouetten. Aufgepasst, mit einem Trampolin kann man unangenehme Bauchlandungen unbeschadet überstehen. Aufgepasst, mit einem Trampolin kann man unangenehme Bauchlandungen unbeschadet überstehen. Aufgepasst, mit einem Trampolin kann man unangenehme Bauchlandungen unbeschadet überstehen. Aufgepasst, mit einem Trampolin kann man unangenehme Bauchlandungen unbeschadet überstehen. Aufgepasst, mit einem Trampolin kann man unangenehme Bauchlandungen unbeschadet überstehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aufgepasst, mit einem Trampolin kann man unangenehme Bauchlandungen unbezpiegel. Aufgepasst, mit einem Trampolin kann man unangenehme Bauchlandungen einbrief. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Was wir hier sehen, ist eine Kata, auch wieder um Schläge und Verteidigungen zu üben. Ein Partner greift an und der andere weicht aus und bedroht den Angreifer immer wieder so, dass er eben nicht zum Zuge kommt, nicht zum Schlag kommt. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Somehow, you look at me and I will see the smile you're smiling now. Good morning. 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 Good afternoon. Weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sind wieder zurück in der Sportshow und neben dem Programm auf der Bühne des Sportkreises Frankfurt hat die offene Frankfurter Stadtmeisterschaft im Boxen stattgefunden. Zum ersten Mal im Rahmen des Museumsuferfestes. Sportler aus ganz Deutschland hatten sich angemeldet. Die ganze Umgebung auch für die Boxer etwas Besonderes. Ich war richtig nervös, ich war richtig hart trainiert und ich habe mich auch gefreut vor dem Kampf und es war auch ein guter Kampf. Ich habe mich angestrengt und ich habe gewonnen. Je länger geboxt wurde, umso mehr Zuschauer gesellten sich um den Ring, was die Sportler erst einmal verarbeiten mussten. Das Projekt Boxen auf dem Museumsuferfest kann durchaus als Erfolg verbucht werden. Auch durch die Unterstützung des Boxcamp Gallos liefen die Stadtmeisterschaft fast ohne Probleme ab. So ein Open Air ist natürlich immer gerade im Boxsport auch so ein ganz besonderes Event, weil Boxen wird normalerweise in der Halle gemacht. Aber die Kämpfe, wir konnten leider nur acht Kämpfe von sehr vielen Meldungen, sind nur acht Kämpfe zusammengekommen. Aber das Fazit eigentlich, wir hatten qualitativ sehr hochwertige Kämpfe. Auch wenn wir Kämpfe dabei hatten, die nicht so viele Kämpfe hatten, aber es spricht für die Arbeit, die geleistet wird. Auch für die technische Arbeit. Und da waren die Kämpfe doch sehr hochwertig. Und das hat man auch in der Zuschauerzahl gesehen. Leute waren begeistert von den Boxkämpfen. Und ich glaube, wir werden das auch nächstes Jahr noch einmal durchführen und hier machen. Und ich hoffe, wir kriegen dann noch ein paar mehr Kämpfe zusammen. Das Problem, was man halt hat, die Kämpfe, die müssen ganz einfach beim Boxen zusammenpassen. Ich kann keinen Kämpfer mit 20 Kämpfen in den Ring stellen gegen einen Kämpfer, der vielleicht nur zwei Kämpfe hat. Das passt nicht, das machen wir nicht. Da wollen wir die Jugendlichen nicht verheizen. Die Kämpfer, die zwei, drei Kämpfe haben, die können auch gegen Kämpfer mit einem oder zwei Kämpfen kämpfen. Aber 25 oder 22, das geht einfach nicht. Und da haben die Paarungen nicht gepasst, trotz der vielen Meldungen, die wir hatten. Und das war eigentlich schade. Und pünktlich vor dem ersten Regentropfen waren die Meisterschaften entschieden. Und damit zurück auf die Bühne des Sportkreises Frankfurt. Das war's von der Sportshow. Das war's hier von der Bühne des Sportkreises Frankfurt. Wir haben gesehen, wie umfangreich, wie vielfältig das Vereinsleben in der Rhein-Main-Region ist. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen sportlichen Abend. Wir sehen uns wieder nächsten Montag zur gewohnten Uhrzeit. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Gleich geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Kurzweil. poquito valores. ats